Du hast einen Finanzierungsbedarf in der Krise, der weit größer ist als die 9.000 oder 15.000 Euro der Corona-Zuschüsse? Dann bist du hier richtig beim neuen KfW-Programm, dem Konsortialfinanzierungsprogramm. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer der X-Group für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und unsere 40 Berater helfen bundesweit über digitale Videokonferenzen Unternehmern dabei, die Krise zu überwinden oder sich normal zu gründen oder später das Unternehmen zu verkaufen. Und die gute Nachricht ist, dass es fast jeden Tag neue Programme gibt und dieses KfW-Programm, das hilft dir auch gerade bei größerem Finanzierungsbedarf. Wer kann nun dieses Finanzierungsprogramm beantragen? Die gute Nachricht ist, jeder, der im letzten Jahr 2019 keine Schwierigkeiten gehabt hat und der jetzt zur Bewältigung des Gesamtkapitalbedarfs Selbstfinanzierungsmittel zur Verfügung stellt. Das bedeutet, du brauchst mindestens eine andere Bank, die zusammen mit der KfW-Bank als Bank Nummer zwei die Gesamtfinanzierung abdeckt. Die Konditionen für dieses Finanzierungsprogramm werden jeweils individuell ermittelt, denn sie richten sich nach dem Prinzip pari passo nach den Konditionen deines anderen Finanzierungspartners. Die KfW hat die Laufzeit dieses Finanzierungsprogramms auf sechs Jahre limitiert. Und die Antragstellung, die erfolgt wie bei fast allen Programmen über die KfW immer über deine Hausbank beziehungsweise über deinen Finanzierungspartner. Wie bei allen Anträgen, die an die KfW gerichtet werden über die Hausbank, brauchst du einen Finanzplan über mindestens drei Jahre. Du brauchst einen lyrischen Teil, also den textischen Kommentar des Finanzplans und deiner Situation und deiner Ziele. Und du brauchst natürlich alle entsprechenden Anhänge und Anträge und zwar alles 100 Prozent vollständig. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst bei der Erstellung des Finanzplans, des Textteils und auch die Unterlagen vollständig sein soll, damit du in diesen Krisenzeiten schnell bearbeitet wirst, dann lade ich dich gerne ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unser Beratungsunternehmen ist zertifiziert und zugelassen. Das bedeutet, unsere Kosten werden auch mindestens zu 50 bis zu 100 Prozent erstattet. Also du kriegst einen Zuschuss, geschenktes Geld. Wenn du also Unterstützung brauchst von Experten und unsere Templates nutzen willst, dann kannst du jetzt gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Gerne aber auch kannst du das Video mit Daumen hoch bewerten, unser Kanal abonnieren und uns vor allen Dingen auch weiterempfehlen an diejenigen Unternehmer, die diese Programme noch nicht kennen, aber dringend brauchen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Überwindung der Krise. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50 bis 100 Prozent. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dein Daniel Schäfer.